Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja schon mehrfach angesprochen worden, dass die Entwicklung des Internets, der Bedarf an Zugang zu Internet, hat unsere Gesellschaft nachhaltig verändert. Eine regelrechte digitale Revolution vom Zaun gerissen, einen gesellschaftlichen Umbruch eben historischen Ausmaßes eingeleitet. Dennoch hat man oft den Eindruck, wenn man so in die deutsche Internetlandschaft schaut, dass man Neuland vor sich sieht. Und ich glaube, daraus ergeben sich als Unterstützung sozusagen für diese digitale Revolution für uns auch in der Politik zwei Aufträge. Erstens müssen natürlich alle Menschen an schnell und moderne Kommunikationsnetze angeschlossen werden. Es kann nicht sein, dass es immer noch Menschen gibt, die als abgehängtes Regelrecht heute noch keinen adäquaten Zugang zum Netz haben. Und zweitens muss Politik natürlich auch den digitalen Umbruch so gestalten, dass er gerecht, fair, frei von staatlicher Überwachungswahn ist. Nur wenn die digitale Revolution demokratisch verläuft, ist sie eine Errungenschaft für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Freifunk-Initiativen, die ich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich begrüßen möchte, leisten auf eben diesen beiden Ebenen Pionierarbeit. Und deswegen muss auch klar sein, dass eine Unterstützung des näher sächsischen Landtags sicher sein können. Freifunkerinnen und Freifunker demokratisieren die Kommunikation, indem sie zum Beispiel Menschen den Zugang zum Netz verschaffen, die sich eben nicht nur bei einer teuren Kaffeekette mit Latte Macchiato und sonstigen versorgen müssen, um einen Zugang zu bekommen. Sie überwinden sozusagen die digitale Kluft. Denn manchmal stellen sie Netze überhaupt erst her. Und wenn man sich Deutschland eben, das wurde ja auch angesprochen, im Vergleich zu anderen Ländern anschaut, immer wieder kann man das ja im Urlaub erleben. Das Vereinigte Königreich, bei Ausschussreisen genauso, mit dem Rechtsausschuss in Estland beispielsweise. Aber das Vereinigte Königreich zum Beispiel hat auf 10.000 Einwohner 28 Hotspots, WLAN-Hotspots, Südkorea mehr als 37 WLAN-Hotspots. Und in Deutschland liegen wir bei zwei solchen Hotspots auf 10.000 Menschen. Freifunkerinnen tragen aber auch, haben auch einen wichtigen Beitrag zum sozialen Leben. Der Kollege Schmidt hat es angesprochen, die Flüchtlinge beispielsweise, die zu uns kommen, die mit ihren Herkunftsländern, mit den Familien dort, den Angehörigen kommunizieren, unterwegs, aber auch hier eben in Deutschland und in Niedersachsen, in den Kommunen und den Gemeinden, die Lebenssignale aussenden wollen, die Neuigkeiten erfahren wollen, die sich vielleicht auch in ihrer Umgebung zurechtfinden wollen. Und das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Hinweis auf all diese, der fast schon verleumderischen Debatten, die ja im Internet gerade auch geführt werden, in sozialen Netzwerken, warum so viele Flüchtlinge Smartphones haben. Smartphones sind eben lebenswichtig und der Zugang zum Internet ist sozusagen der restliche Part. Aber auch im Bereich des Tourismus, der Wirtschaft, gerade in unseren Kommunen und Gemeinden, wenn Menschen sich über den Handel, über die Sehenswürdigkeiten dort erkundigen können. Und deshalb ist der niedersächsische und die niedersächsische Unterstützung hier so wichtig. Ein zweites Signal, das wir hier neben der Unterstützung aber aussenden wollen, ist natürlich die Störerhaftung. Das wurde bereits angesprochen, das Hindernis, das damit verbunden ist. Es gibt ja jetzt auf der Bundesebene durch das Wirtschaftsministerium eine neue Auflage des Telemedien oder einen Vorschlag zum neuen Telemediengesetz. Und das Problem ist dabei, muss man sagen, erkannt. Aber im Grunde gibt es keine geeigneten Maßnahmen dort, die das Problem lösen. Dafür ist das Gesetz ungeeignet. Das sieht übrigens auch die Europäische Kommission so, die bereits Zweifel an der Vereinbarkeit der Regelung mit der EU- Grundrechtecharta angemeldet hat. Tatsächlich ist es schon absurd, was dort eben formuliert wird. Wenn es nach der Bundesregierung geht, sind offene WLAN-Netze nämlich nur dann von der Störerhaftung ausgenommen, wenn sie nicht offen sind. Im Grunde ist sich die Fachwelt aber an diesem Punkt einig, die Störerhaftung muss eben weg. Denn es ist das große Hindernis für die Bereitstellung von WLAN-Zugängen in Deutschland. Wer sich dem Risiko aussetzen muss, ständig von Abmahnanwälten in Anspruch genommen zu werden, überlegt es sich natürlich zweimal, ob er sein WLAN-Netz für Dritte öffnen will. Dies trifft sowohl Freifunkerinnen und Freifunker, aber auch Cafés, Restaurants, Bibliotheken und so weiter und so fort. Und auch unter Wertungsgesichtpunkten kann es natürlich nicht sein, dass die kommerziellen Provider hier eben freigestellt sind, aber lokale und private nicht. Aber da möchte ich, das freut mich ausdrücklich, haben wir heute oder haben viele sicherlich der Presse, der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung heute entnehmen können, dass die Östra gerade einen Vorstoß da unternimmt, auch mit dem, mit einem Provider hier aus der Region Hannover. Östra ist das öffentliche Nahverkehrsunternehmen hier in der Region Hannover. Um WLAN-Netze, 25 Hotspots, 25 Punkte sind da, glaube ich, angepeilt vorzunehmen. Insofern, Sie sehen, es gibt da einen Aufbruch, an dem wollen wir uns gern beteiligen. In diesem Sinne freue ich mich natürlich, wenn wir im Ausschuss auch zu einem hoffentlich einstimmigen Antrag und Beschluss kommen. Vielen Dank.